Was kann ich gut, warum nicht beruflich die eigenen Stärken auch einsetzen? Was mache ich gerne? Warum nicht beruflich das machen, was sie sowieso gerne machen? Menschen sind motivierter, wenn sie Tätigkeiten gerne ausüben. Was will ich überhaupt? Warum nicht beruflich das nutzen, was ihnen Spass macht? Menschen sind dann am glücklichsten, wenn sie beruflich das machen können, was ihnen am Herzen liegt. Denn, wenn man weiss, was man will und was man kann, dann ist es auch leicht, richtige Entscheidungen zu treffen. Und am Ende dieser Lektion werden Sie Ihr Portfolio, das bin ich, mit Ihren Stärken und Wünschen leicht füllen können. Dieser hilft Ihnen sowohl, Ihre Bewerbungsunterlagen optimal zu gestalten, als auch in einem Vorstellungsgespräch souverän aufzutreten. Zutreten 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 Zutreten